Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video Minecraft Ich habe hier ein bisschen das Zeug am Brett Jetzt ist die gerade fertig und dann habe ich eigentlich vorher noch ein paar Sachen machen, was ich gerade vergessen habe Oh stimmt Ich brauche 4 Blöcke schnell Nein eigentlich nur einen Ich kann nicht er Dann geht es am besten Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo ist das? Ah, ich habe es für mich noch nicht da Oh nein, den brauche ich Also, ich kann nicht erneut Ich kann auch nicht erneut Das war's für heute. Irgendwelche Blöcke muss ich mitnehmen, die ich viel habe. Ich würde sagen... Ich habe Sand, wir haben etwas anderes nicht. Ein Schwert muss immer noch Neues machen. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... ...Neder. Direkt im neuen Biom. Gut, es gibt ja zwei. Ey Leute, ich bin zu los für ein Spiel. Ich finde, ich kann mir gerade etwas farmen. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Was droppen Sie? Russ-Schweine-Kotelette? Ich meine... Also Leute, wenn ihr denkt, ich war schon mal in diesem Biom... ...und ich kann sagen... Nein. Ich habe nur gelesen, dass es neue Biome gibt. Aber wie cool ist das Biom gemacht. Ihr Leute, das Holzhaus hier sieht. Es gibt auch noch das Blaue. Das sieht so schön aus. Ich hoffe, ich kann es euch noch zeigen. Pilzlicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich muss sagen... Die Minecraft-Entwickler haben es mega schön gemacht. Die Biome. Ich habe gerade Angst, dass ich sterbe. Ich habe gerade Angst, dass ich sterbe. Hm, da komme ich schlecht runter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sieht gut aus. Das ist gut. Ah, das sind dir. Oh, Hilfe. Oh Gott. Okay, sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viel. Oh, er fühlt mich gerade so hässlich aus. Hey, what? What the hell? Okay, Leute, ich würde sagen, wir beendet das Video jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.